Hallo und wieder mal herzlich willkommen hier auf Masses Clash Channel. Wir haben heute das vielleicht letzte Sneak Peek dieses Sneak Peek Zykluses am Start und es geht heute um die neue Rathaus Level 11 Verteidigung, die Eagle Artillery oder auch Adler Artillerie, wenn man das ins Deutsche übersetzt. Die Adler Artillerie wurde ja auf der ClashCon vorgestellt, gemeinsam mit dem Rathaus Level 11 und hier sehen wir noch einmal die Level 1er Adler Artillerie, wie sie damals auf der ClashCon gezeigt wurde und jetzt gibt es neue Bilder, neues Videomaterial dazu, wie der Adler denn auf Level 2 aussieht. Und wir schauen uns den hier mal an. Im Vergleich zum Adler Level 1 kriegt er noch ein bisschen mehr Gold dazu, diesen roten Boden und auch der Kopf verändert sich leicht, er kriegt mehr silbernes Gefieder. Sieht ziemlich, ziemlich cool aus und was auch sehr interessant ist, wir haben hier schon ein Rathaus Level 11, das schon insgesamt 5 Magiertürme und 4 X-Bögen am Start hat. Aber nicht nur das Aussehen hat sich bei dem Adler verändert, sondern auch die Angriffsanimation und vielleicht sogar ein bisschen die Werte. Wir schauen hier nochmal auf ein Bild vom Adler, wie er denn bei der ClashCon aussah, wie er da ein paar Golems angegriffen hat. Da kam noch ein Laserstrahl aus seinem Rachen hinten heraus, der in die Höhe geschossen wurde und dann an dem Ort, wo die Golems gerade waren, wieder heruntergekommen ist. Das hat meiner Meinung nach relativ viel von dem Bildschirm überdeckt und hat vielleicht so ein bisschen auch den Entwicklern nicht gefallen, da das auch das Spielgeschehen so ein bisschen überdeckt hat. Und daher haben sich die Entwickler da etwas einfallen lassen und wir sehen jetzt hier den Adler Level 2, wie er denn gerade aktiv ist. Und wir schauen uns jetzt mal hier links den Drachen an. Um diesen Drachen herum ist gerade so ein Sechseck auf dem Boden gezeichnet und das zeigt an, dass die Adler Artillerie diesen Drachen gerade im Visier hat. Und wir sehen auch, dass der Adler gerade ein paar Geschosse herausgeschossen hat. Insgesamt sind es immer drei an der Zahl und sie sehen aus wie Meteoriten. Nach diesen drei muss der Adler wieder eine graume Zeit warten, bis er wieder aufgeladen ist. Und dieses Sechseck um den Drachen herum wird immer kleiner, heißt man kann praktisch abschätzen, wann diese Meteoriten dann ungefähr einschlagen werden. Und wir sehen hier, wie gerade ein Meteorit in den Drachen einschlägt. Und die Meteoriten machen immer noch Splash Damage, also Schaden auf mehreren Truppen, die da gerade sind. Aber bei Drachen ist das Ganze relativ vorteilhaft, da die sich ja nicht immer wirklich direkt auf demselben Fleck befinden. Trotzdem ist es noch wirklich großer Schaden, aber im Vergleich zum ClashCon Update ist es vielleicht etwas weniger gewordener Schaden. Also wir haben neue Animationen, wir haben Level 2, was übrigens das Maximum ist von der Adler Artillerie. Und natürlich die neue Anzeige, damit man weiß, wen die Artillerie gerade anvisiert. Wir haben hier nochmal auch einen Gesamtüberblick über das Rathaus Level 11. Wir sehen hier unten am Rand ganz knapp noch die 4 X-Bögen, die beiden Infernetürme, von denen ja kein neuer dazu gekommen ist. Aber auch die 5 Magiertürme, wobei da 2 unterhalb von den feindlichen Truppen noch versteckt sind. Und zudem kann man auch ziemlich gut jetzt den neuen Helden sehen, den Grand Warden oder den großen Wächter, wie er in der Mitte steht als Statue und da seinen Stab empor gehoben hält. Die ganzen optischen Änderungen hier an der Adler Artillerie finde ich richtig cool. Man sieht wieder mehr und die Meteoriten sehen wirklich sehr, sehr cool aus, wenn die dann auf die gegnerischen Truppen herunterprasseln. Und so wie es ausgesehen hat, macht die Adler Artillerie nicht mehr allzu viel Schaden, also nicht mehr so wirklich overpowered, wie das noch auf der ClashCon den Anschein gemacht hat. In diesem Raid, der hier von einem der Entwickler gespielt wurde, hatte die Adler Artillerie gerade einmal Zeit, zweimal diese 3 Meteoriten zu schießen. Heißt, sie hat nicht übermäßig viel Schaden gemacht, hat aber doch eine große Auswirkung gehabt. Und wir sehen ja auch, dass hier oben der feindliche Held, der große Wächter da, den ganzen Drachen auch einen guten Lebenspunkte-Boost gibt. Das dürfte dieser Adler Artillerie auch ein bisschen entgegenspielen. Im offiziellen Forum wurde heute dieses Sneak Peek natürlich wieder einmal gepostet. Und darunter hat Anushka geschrieben, dass das das letzte Sneak Peek war. Dies steht etwas im Kontrast dazu, dass Chief Pet in seinem neuesten Update-Video gemeint hat, es würde noch etwas kommen. Heißt, ich bin mir nicht sicher, ob da noch was kommt oder ob es das wirklich alles war. Es sollte ja eigentlich auch noch irgendetwas zu Clankriegen kommen. Vielleicht kommt es noch in den nächsten zwei Tagen, denn Anushka hat gesagt, wann das neue Update ungefähr rauskommen soll. Und zwar streben sie den 10. Dezember als Release-Datum an. Das kann sich natürlich immer noch hin und her verschieben. Die Entwickler sind natürlich noch am Arbeiten. Aber ich glaube, der 10. Dezember hört sich da sehr realistisch an. Da wir heute den 7. Dezember haben, heißt der 10. wäre der Donnerstag bzw. der 11. der Freitag, würde eigentlich auch noch relativ gut passen. Da Donnerstag oder Freitag eigentlich gute Update-Daten sind. Das war es wieder mit der Episode. Ob das jetzt das allerletzte Sneak Peek war oder ob da noch ein Sneak Peek kommt, das werdet ihr morgen bei mir wieder mal sehen. Und ich werde das natürlich wieder hier oben in diesem Video verlinken. Oder ihr könnt es auch ganz einfach auf meiner Kanalseite direkt in der Mitte finden, wenn ihr Abonnenten seid. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dran geblieben seid. Und ich wünsche euch noch viel Spaß hier auf Masis Clash Channel.